Hallo, ich heiße Leszek und heute sprechen wir über die Phronomen im Akkusativ. Mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie. Mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie. Zum Beispiel, er fragt mich, ich frage dich, ich frage sie, ich frage es, ich frage uns, ich frage euch, ich frage sie. Dankeschön, Tschüss!